Ja, da oben ist, äh, da oben ist, äh, da mein neuer Vasall schon am winken, hektisch, will zum nächsten Quest, ja, ich komm gleich, äh, ich komm gleich, ähm, ja, das, das hier wird eigentlich kein Guide Video, sondern es wird so eine Art Highlight Video von der, ähm, umfangreichen Quest Monsterjagd, ich hab ein paar Sachen entdeckt und will einfach auch mal ein paar weitere Eindrücke zur Spielwelt hier geben mit diesem Video, ich hab alles, ähm, geschnitten mit dieser, werde das noch schneiden, das Ganze, die ganze Quest hat, ich glaub wirklich, deutlich über eine Stunde gedauert, ich werde versuchen, das hier auf 10 Minuten oder so irgendwie zu kürzen und ein paar relevante Fundorte auch mit einzubringen, ein bisschen was von der, ähm, Spielwelt auch zu zeigen und, ähm, wo sie da oben auch winkt, vielleicht noch einen Tipp am Anfang für euch, diejenigen, die selber spielen, macht das so, wie ich gemacht hab, denn, ähm, dann findet ihr Vasallen, ähm, die euch zu schätzen führen und die den Weg schon kennen und ihr müsst nicht suchen, äh, das funktioniert also dann, wenn ihr höher, levyge, was sein, euch einkauft, also der, äh, die Investitionen, ein paar, ähm, von den, von den, von der Währung abzugeben, um jetzt, sagen wir mal, so wie ich's gemacht habe, einen Stufe 18 Vasall zu kaufen, ich selber bin Stufe 12, also das lohnt sich, wenn, wenn der Vasall wirklich so, äh, äh, vier, fünf, sechs Stufen höher ist, dann kennt der halt schon die Quest, der führt euch zu den Kisten und so weiter, also das hat sich meiner Erfahrung nach wirklich gelohnt, da so ein bisschen was zu investieren und, ja, jetzt geht's aber los mit der Quest Monsterjagd und ein paar Eindrücken zu der Quest, ich wünsche dir viel Spaß und, äh, ja, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao! Und, ja, bis zum nächsten Video, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. That was well thought. There's no one standing who might say otherwise. Well, I'm sure there's still room for improvement. Ah, I'll take that. We might find a use for it. We have reached our destination. I've never heard such nonsense. Might I interest you in my humble wares? Look out, Termisas! You're under attack! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.